Wir haben heute den zehnten Zehnten. Und das ist eine Einschätzung des gestrigen Wagenknecht-Weidel-Duells. Im Aufeinandertreffen von Alice Weidel beweist Sarah Wagenknecht, dass sie Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin ihrer eigenen BSW-Inszenierung ist. Eine Warnung an alle Politiker. Wenn man sich lange genug mit dem Feminismus beschäftigt hat, ist man auch für kleine Fortschritte dankbar. Ein Rededuell zwischen zwei Spitzenpolitikerinnen, in dem es keine Sekunde lang darum geht, dass sie Frauen sind und dass die damit gemeinhin assoziierten Themen nicht einmal im Vorbeigehen streift, hätte man sich noch vor wenigen Jahren nicht vorstellen können. In feministischen Träumereien würden diese Frauen wohl um die blühende Zukunftsvision konkurrieren. Aber weil das Schicksal ein Biest ist, buhnen sie stattdessen düster um die gleiche BRD-verdrossene Klientel. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht und Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD. Es gibt da programmatische Bürörungspunkte. Es gibt Unvereinbarkeiten. Wenn man die Inhalte aber ganz beiseite schiebt. Sarah Wagenknecht hat an diesem Abend objektiv gewonnen. Sie hat ihr Gegnerin im Duell der zwei polarisierendsten und polarisierendsten Politikerinnen Deutschlands in die Rolle einer Hilflosen gedrängt. Vor allem aber hat sie dazu zustande gebracht, die größten Schwächen ihrer eigenen Selbstinszenierung, dass sie wie ein Kontrollfreak wirkt, der keinem anderen Raum zugesteht, dass sie ganz nach ihrem benannten Partei BSW nichts ist, als eine auf die Parteigründerin zugeschnittene One-Woman-Show als Tugend erscheinen zu lassen. Denn diese Selbstinszenierung fand in dem Auftritt bei Welt ihre Erfüllung. Und es lag in der Natur der Sache, dass Weidel dabei in sich zusammenfiel. Wenn Sarah Wagenknecht mehrmals wissen wollte, warum Weidel für Björn Höcke vor Jahren ein Parteiausschlussverfahren gefordert hat, ihn dann aber zu einem AfD-Flügel wachsen ließ und anschließend von ihm eingespannt wurde, ist das eine berechtigte Frage. Es wird aber auch klar, worauf sie hinaus will. Sarah Wagenknecht ist Autorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin in ihrer eigenen Show. Und sie weiß sehr sicher, dass man ihr das vorwirft. Gleichzeitig lässt sie sich damit rechtfertigen, dass es den Unterschied zu Weidel und der AfD ausmacht. Alice Weidel ist das Gesicht einer Partei, über die sie keine Kontrolle hat. Sarah Wagenknecht steht immer nur für sich selbst. Wer in den vergangenen Wochen die viel beachtete ZDF-Dokumentarreihe Inside Sarah Wagenknecht angeschaut hat, sah Wagenknecht bei einer Unterhaltung im Wald. Und das ist ein bisschen irritierend, weil so viel Wildwuchs nicht das natürliche Habitat von Sarah Wagenknecht ist. Das mit dem Wald hat Alice Weidel übrigens auch gemacht. In ihrem ZDF-Sommerinterview, vielleicht sollte Wald Abstand zu urbanen Blasen suggerieren, zeigen, dass man irgendwie außen vor ist. Zwei Frauen im Wald, das schreit nach Ähnlichkeiten. Doch spätestens an diesem Abend im Fernsehstudio sieht man, dass der natürliche Lebensraum von Sarah Wagenknecht ein anderer ist. Nämlich genau hier, an einem Diskussionstisch, mit Scheinwerferlicht im Gesicht. Und hier geht es ihr nicht nur darum zu zeigen, dass sie sich außerhalb irgendwelcher Blasen bewegt, sondern vor allem darum, dass sie wohl politisch als auch vom Selbstverständnis her ein ganz anderes Kaliber als Alice Weidel lässt. Dabei fängt das Duell mit Themen an, die nicht besonders gut dazu geeignet sind, Wagenknecht von der AfD abzusetzen. Und fast hätte man meinen können, es käme hier in einem Anfall von Frauensolidarität zu einem Duell von Politikerin gegen Moderator Jan Philipp Burgart. Wagenknecht legte es aber bei allem darauf an, auch kleine Unterschiede herauszuarbeiten und die Schwächen in Alice Weidels Argumentation sofort loszustellen. Zu Israel und Gaza kam dabei Wagenknecht die Forderung, nach einer Zwei-Staaten-Lösung heraus und bei Weidel bedingungslose Unterstützung Israels unter der Bedingung, Israel keine Waffen zu liefern. In Weidels Augen sah man die Nervosität und später fing sie an, an den falschen Stellen zu lachen und auf den Fersen zu wippen. Man kann auf Theaterbühnen manchmal sehen, wie das ist, wenn normale Schauspieler gegen absolute Ausnahmeteilette antreten müssen. Gegen solche, die in der Kenneth-Barnack-Liga spielen. Und kein zweiter Take, kein Schnitt kann sie retten. Plötzlich sieht man den Unterschied, den man in Abwesenheit des Hochbegabten gar nicht wahrnehme. Das TV-Duell vom Mittwoch sollte jedem Politiker eine Warnung sein, der einfach mal glaubt, er sei Sarah Wagenknecht schon gewachsen. Es war da offensichtlich im Vorfall zu einem Missverständnis gekommen. Wagenknecht sagte in Inside Wagenknecht, an einer Stelle recht entrüstet, Alice Weidel sei doch kein Nazi. Das Kalkül dahinter mag sein, dass man Wähler, die Weidel an die AfD gebunden hat, nicht mit Beleidigung abwirbt. Doch die Bemerkung hat Weidel womöglich dazu verleitet, eine Verbündete zu wittern, nach der er sie die Hand ausstrecken kann. Tatsächlich bekam sie dann aber nur bei jedem Versuch eine gezischt. Es war ein bisschen so, als ob man dabei zusieht, wie Hund Odie im Cartoon den Kater Garfield umwirbt. Alice Weidel hätte das mit der AfD-Sehnsucht nach Remigration, um die es dann natürlich irgendwann ging, gerne als Durchsetzung geltendes Rechtsverstanden gewusst. Auch wenn sie wohl findet, Asyl könne nie zu einem dauerhaften Bleiberecht führen. Da hielt Wagenknecht schon mal dagegen. Sie nahm es als Steilvorlage, ein bisschen Volksnähe zu demonstrieren, mit der Geschichte eines aus Syrien stammenden Taxifahrers, der sie im Saarland gefahren habe. Zwei Jobs Familie integriert, und den will Weidel nach Syrien zurückschicken? Zitat, So geht man nicht mit Menschen um. Und kein versierter Moderator hätte dann ruhiger und unbeirrbarer darlegen können als Sarah Wagenknecht, dass das, was Weidel so vorträgt, noch nicht einmal die Position des Höcke-Flügels ist. Man hat bei Wagenknecht eher selten den Eindruck, dass ihr etwas Spaß macht. Aber jetzt scheint sie etwas gefunden zu haben. Alice Weidel mit Höcke-Zitaten quälen. Schwache Volksteile, wohltemperierte Grausamkeiten, solche Sachen. Der erste Versuch wirft Weidel endgültig aus der Bahn, weswegen Wagenknecht hervorragend ausgerüstet mit einem Spickzettel voller Höcke-Knaller zum Thema noch einmal nachlegt. Gruselig, sagt Wagenknecht. Unmenschlich. Und obwohl man sich bei Sarah Wagenknecht etwas so Unkontrolliertes wie einem Brechreiz kaum vorstellen kann, Zitat, Da wird mir übel. Zitat Ende. Das hat keinen Bruch gegeben in Wagenknecht Selbstinszenierung. Das ist Politik als Method Acting. Niemals aus der Rolle fallen. Also allen Anschein hat Sarah Wagenknecht Alice Weidel gestern ordentlich die Fresse poliert. Und das ist doch zumindest etwas, was man einer ewigen Oppositionellen mal zugutehalten kann. Alice Weidel die Fresse zu polieren. Wobei Wagenknecht immer noch Wagenknecht ist. Hurricane Milton hat den US-Bundesstaat Florida durchquert und ist wieder über dem Meer. Es wird von Überflutung, Strom aus Fällen berichtet. Auch Tote wurden gemeldet. Das Zentrum von Hurricane Milton ist nach seinem Eintreffen an der Golfküste Floridas vor der Ostküste des US-Staats weitergezogen. Dort bewegt sich der Sturm mit maximal anhaltender Windgeschwindigkeit von 137 km pro Stunde, teilte das nationale Hurricane-Zentrum der USA mit. Es wird erwartet, dass Milton sich weiter von der Halbinsel Florida im Atlantik fortbewegt und in Richtung der nördlichen Bahamas ziehen wird. Dabei werde er sich weiter abschwächen, so das US-Hurricane-Zentrum. Der Sturm wird mittlerweile als Hurricane der Stufe 1 eingeordnet. Alle Hurricane- und Tropensturmwarnungen für die Westküste Floridas sind somit aufgehoben worden. Dennoch blieben Warnungen von Vorsturmfluten für Teile des Gebietes bestehen. Gleiches galt für die Ostküste Floridas. Hurricane- und Tropensturmwarnungen galten zudem weiterhin für weite Teile der östlichen und zentralen Küste Floridas. Die Behörden warnten zudem weiter vor Starkregen und Hochwasser. Vor dem Abzug von Milton wurde im Norden und im Zentrum Floridas zwischen 200 und 350 Litern Niederschlag pro Quadratmeter, vereinzelt sogar bis zu 450 Liter Regen erwartet. In Teilen des Staates wird nun noch immer mit 50 bis 100 Litern Niederschlag pro Quadratmeter gerechnet. Zuvor war der Sturm als Hurricane der Kategorie 3 an der Westküste Floridas auf Land getroffen und hatte Schäden angerichtet. Das ganze Ausmaß ist aber noch unklar. Zu Beginn wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 Stundenkilometern gemessen. Am frühen Morgen befand sich das Auge des Sturms noch nahe der Stadt Orlando im Zentral-Florida. Feuerwehr und Polizei mussten aufgrund starker Winde zeitweise in Gebäuden Schutz suchen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Auch Anwohner wurden angewiesen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Wegen des Sturms mussten mehr als 70.000 Menschen Schutz in Notunterkünften suchen. Das sagte die Chefin der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA, Dan Criswell, dem britischen Sender BBC Radio. Vor der Ankunft des Sturms hätten 31 Bezirke evakuiert, Evakuierung angeordnet. Schon vor seinem Eintrafen löste der Hurricane-Tornados aus. Aus dem Bezirk St. Lucie an der Atlantikküste wurden Todesopfer gemeldet. Die Behörden machten jedoch keine genauen Angaben zur Zahl. Der Tornado tötete demnach mehrere Menschen in einer Wohnwagensiedlung für Senioren. Nach Angaben von Floridas Governor Ron DeSantis wurden am Mittwoch mindestens 19 bestätigte Tornados gezählt. Bis zum Abend hatte der Wetterdienst mehr als 130 Tornado-Warnungen in dem Bundesstaat herausgegeben. Laut DeSantis wurden auch Schäden gemeldet. Besonders betroffen waren ersten Berichten zufolge die Region südlich der Stadt Tampa an der Westküste, die bereits vor dem Eintreffen des Hurrikans als Hochrisikogebiet eingestuft worden war. Medien berichten zudem über entwurzelte Bäume, umgestürzte Strommasten und Überschwemmungen in mehreren Städten Floridas. Mehr als drei Millionen Haushalte in dem Bundesstaat waren ohne Strom, wie aus Daten der Seite poweroutrage.us hervorgehen. In St. Petersburg stellten sich die Bewohner nach einem Wasserrohrbruch das Trinkwasser ab. Der Bürgermeister der 260.000 Einwohnerstadt, Ken Welch, sagte, es sei mit langen Stromausfällen und einer möglichen Abschaltung des Abwassersystems zu rechnen. Die Reparaturen sollten beginnen, sobald dies für die Arbeiter sicher sei. Das Stadion des Baseballteams Tampa Bay Rays in St. Petersburg, das Tropican Field, wurde schwer beschädigt. Der Stoff, aus dem das Dach des Kuppelgebäudes besteht, wurde vom Wind zerfetzt. Nach Angaben des Wetterdienstes stürzten durch den Sturm auch mehrere Kräne in St. Petersburg um. Das Bild dazu ist relativ beeindruckend, darum zeige ich es mal ganz kurz. Crazy. St. Petersburg Bürgermeister Welch erinnert daran, dass erst vor zwei Wochen der Hurricane Helene Florida getroffen hatte, wobei mehr als 200 Menschen starben. Dem Sender MSNBC sagte er, Zitat, das ist nur ein weiterer Beispiel für die neue Normalität. Die Stürme werden stärker, sie bewegen sich schneller und stellen unsere Infrastruktur auf die Probe. Viele Betroffene in Florida blieb angesichts der Ankunft von Milton keine Zeit, sich von Zerstörungen durch Lien zu erholen. Tropische Wirbelstürme entstehen oder über warmen Ozeanwasser. Die Hurricane-Saison im Atlantik dauert von Juni bis Ende November. Der Klimaforscher Mojib Latif wies auf die Zunahme heftiger Hurricanes im vergangenen Jahrzehnt hin. Zitat, insgesamt hatte die Zerstörungskraft von Hurricanes zugenommen, sagte der Meteorologe im Deutschlandfunk. Zitat, das hat ganz eindeutig mit der Erderwärmung der Weltmeere zu tun. Sie seien in den vergangenen Jahren sehr warm geworden. Das hat gedauert. Auf den Landregionen ging das schneller. Jetzt sehen wir die Auswirkungen überall auf der Welt, auch bei uns in Europa. Also ein Update dazu, der Hurricane Milton konnte dann nicht mit dieser angekündigten katastrophalen Schwere auf Florida treffen oder ist nicht mit der katastrophalen Schwere auf Florida getroffen. An Anfang wurde ja teilweise gesagt, Kategorie 5. Da ist man wohl gerade noch dran vorbeigeschwappt. Das hat sich hochgradig dynamisch verändert. Er ist dann mit einer Kategorie 3 an der Westküste Floridas auf Florida getroffen. Hat aber trotzdem natürlich immense Zerstörung hervorgerufen und sehr viele Menschen mussten evakuiert werden. Glück im Unglück vielleicht. 193 Stundenkilometer sind auf jeden Fall noch ziemlich schnell. Der Ausmaß dieser Zerstörung, das wird man erst in den nächsten Tagen bemessen können. Und ich halte euch diesbezüglich einfach auf dem Laufenden, also wie das da jetzt aussieht. Israelische Soldaten schießen auf das UNO-Hauptquartier. Israelische Truppen haben im Linwanon nach Darstellung der Vereinten Nationen das Hauptquartier der UNO-Mission unifil beschossen. Mindestens zwei Blauhelmsoldaten seien verletzt worden. Ein Panzer der israelischen Marmee habe einen Beobachtungsposten direkt getroffen. Der Beschuss ereignete sich in Nakura, im südlichen Grenzgebiet. Die beiden Verletzten sind die ersten Opfer in den Reihen der Blauhelmmission seit Beginn von Israels Bodenoffensive im Libanon gegen die pro-iranische Hezbollah-Miliz vor rund einer Woche. Ein weiterer unmittelbar auf den ersten folgender israelischer Angriff habe auch den Eingang zu einem Bunker getroffen, in dem UNO Soldaten Schutz gesucht hatten, teilte ein UNIFIR-Sprecher mit. Dabei seien UNO-Fahrzeuge und ein Kommunikationssystem beschädigt worden. Der italienische Verteidigungsminister Corsetto nannte den Vorfall absolut inakzeptabel. Es handelt sich um eine eindeutige Verletzung des internationalen Rechts. Von der israelischen Armee gab es auf Nachfrage zunächst keine Bestätigung des Details zur Vorfall. Ein Sprecher der Einsatzführungskommandos der Bundeswehr sagte auf Anfrage der DPA, nach aktuellen Erkenntnissen seien keine deutschen UNO-Soldaten getroffen worden. Schon vor einigen Tagen hatte sich die UNO-Mission zutiefst besorgt gezeigt über die Aktivitäten des israelischen Militärs in unmittelbarer Nähe zu ihrem Posten. Sie bezogen sich dabei auf einen Angriff nahe Marun Aras im Grenzgebiet weiter östlich von Nakura. Irlands Präsident Higgins, dessen Land mehr als 300 der UN-UNO-Soldaten stellt, kritisierte das israelische Vorgehen daraufhin. Israels Armee habe die Friedenstruppen bedroht und wolle sie evakuieren lassen, teilte Higgins mit. Israel fordere sogar, dass die gesamte UNIFIL-Mission sich aus dem Grenzgebiet entferne. Die UNO-Friedenstruppen im Libanon wurden 1978 zur Überwachung des Abzugs der israelischen Truppen aus dem Süd-Libanon eingerichtet. Während des Krieges zwischen dem Libanon und Israel 2006 wurde das Mandat ausgeweitet. Ach, so. Das klingt ja gar nicht so, als würde man unabhängige Beobachter aus dem Grenzgebiet entfernen wollen, oder? Sass. Derweil aus der Tagesschau kündigt Scholz weitere Waffenexporte nach Israel an. Deutschland will weitere Waffen an Israel liefern. Das kündigte Kanzler Scholz im Bundestag an. In der Debatte anlässlich des Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel ging es auch um deutsche Asylpolitik. In der Bundestagsdebatte anlässlich des Jahrestages des Überfalls der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres hat Bundeskanzler Olaf Scholz weitere Waffenlieferungen an Israel angekündigt. Zitat Wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Zitat Ende stellte Scholz in seiner Rede vor den Abgeordneten klar. Die Bundesregierung hat Entscheidungen getroffen, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. In welchem Umfang welche Waffen geliefert werden sollen, ließ Scholz dabei offen. Zuvor hatte die Unionsparteien der Ampelkoalition mangelnde Unterstützung Israels vorgeworfen. Auch hinsichtlich von Waffenexporten. Ah, wundervoll. Die Bundesregierung verweigere Zitat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betont in ihrer Rede im Bundestag, dass Waffenlieferungen an Israel mit dem internationalen Völkerrecht vereinbar sein müssten. Zudem kritisierte sie, die Frage der Unterstützung für Israel sei keine der Parteienpolitik. Die Unterstützung für Israel müsse für die demokratischen Parteien, Zitat, Deutschland ist nach den USA einer der wichtigsten Waffenlieferanten für Israel. Im vergangenen Jahr genehmigte die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von 326 Millionen Euro. Zehnmal mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten dieser Exporte wurden nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober genehmigt. Im laufenden Jahr wurde bis Mitte August Exporte im Wert von 14,5 Millionen Euro genehmigt. Also deutlich weniger. Laut der Bundesregierung handelte es sich jedoch nur bei 2% dieser Exporte um Kriegswaffen. Der größte Teil fiel in eine andere Kategorie. Das waren zum Beispiel Helme, Schutzwesten oder auch Kommunikationsmittel. Hoffentlich keine Pager. Seit März hat Deutschland gar keine Kriegswaffenexporte nach Israel mehr genehmigt. Das geht aus Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums aufs Anfragen der Bundesabgeordneten Selvim Dagdelen vom Bündnis Sarawank nicht hervor. Das BSW fordert einen kompletten Stopp von Rüstungsexporten nach Israel. Zu Beginn der Bundestagsdebatte war einer der Gedenkminute an mehr als 1200 Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel sowie an die Geiseln erinnert worden, die sich nach wie vor in der Gewalttat der Terrormiliz befinden. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass nannte den 7. Oktober 2023 eine Zäsur für alle Menschen in Israel, für die gesamte Region und die Jüdinnen und Juden aller Welt. Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Toten und bei den verschleppten Geiseln. Zitat, für sie ist am 7. Oktober die Zeit stehen geblieben, sagte die SPD-Politikerin. Der Krieg im Nahen Osten bedeute für beide Seiten, Israel und die Palästinenser, großes Leid. Bass bekräftigte das israelische Recht auf Selbstverteidigung, sprach aber gleichzeitig von, Zitat, einem unerträglichen Dilemma. Zwischen dieser legitimen Selbstverteidigung auf der einen Seite und dem notwendigen Schutz von Zivilisten und ZivilistInnen auf der anderen. Notwendig seien Schritte zur Deeskalation, ein Ende der humanitären Katastrophe in Gaza und eine friedliche Perspektive für die Region. Auch Baerbock betont, da Israel könne nur auf Dauer in Frieden leben, wenn auch seine palästinensischen Nachbarn in Frieden leben können. Zudem müsse Israel bei seiner Selbstverteidigung das humanitäre Völkerrecht beachten. Kurzer Spoiler, bei seiner Selbstverteidigung beachtet Israel nicht das humanitäre Völkerrecht. Seit dem Einmarsch in den Gazastreifen. Sie tun es nicht. Sie tun es nicht. Zweifelsohne. Tun sie das nicht. Debatte mündet in Streit im Asylpolitik. Bundestagspräsidentin Baas prangerte im Bundestag auch die Zunahme antisemitischer Übergriffe in Deutschland seit Kriegsbeginn an. Zitat Auch CDU-Chef Merz führte an, dass seit dem 7. Oktober bundesweit etwa 8.500 antisemitische Straftaten gegeben hatte. Er pochte erneut auf die Forderung seiner Partei nach einer Verschärfung der Migrationspolitik. Zitat Ein wesentlicher Beitrag zur Begrenzung des Antisemitismus in Deutschland ist der Stopp der ungehinderten massenhaften Zuwanderung vor allem von nicht schutzbedürftigen Männern aus dem arabischen Raum, betürte Merz. In deren Herkunftsländern sei, Zitat, nicht der Schutz Israels, sondern die Vernichtung Israels Teil der politischen Sozialisation. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verlangte Antisemitismus als, Zitat, besonders schweren Fall der Volksverhetzung und antisemitisch motivierte Straftaten als regelhaften Ausweisungsgrund zu verankern. Das ist sehr interessant, weil ich nicht genau weiß, wie er die ganzen deutschen Antisemiten ausweisen soll. Komisch. Die Ausländer, die müssen weg, I guess. Israel hatte eine begrenzte Operation im Libanon angekündigt. Doch die Isbollah zieht sich zurück und erzwingt Häuser und Straßenkämpfe. Ein langer Krieg droht. Israel rückt mit Panzertruppen und Infanteristen weiter im Libanon vor. Längst führt das Land keine begrenzte Bodenoffensive mehr. Wer hätte es ahnen können, wie das Militär es angekündigt hat. Ein israelischer Herrkommandeur gibt an, dass sich die Isbollah-Kämpfer tiefer in den Libanon zurückziehen, einige auch vor Auseinandersetzungen fliehen. Überprüfen lässt sich diese Angabe nicht. Zu sehen ist aber, dass Israel offenbar den Gegnern folgt. Die schiitische Isbollah vermeidet weiterhin eine scheidende Auseinandersetzung mit israelischen Streitkräften, während diese im Südlibanon weiter vorrücken, stellt das Institute for Study of War in seinem regelmäßigen Lagebeurteilung des Krieges am Mittwoch mit. Zitat Mittlerweile ist das keine kleine Bodenoperation mehr, sagte auch der Militärexperte Carlo Massalamit Mitte dieser Woche bei einem Vortrag an der Hermann-Eler-Akademie in Kiel. Der Professor forscht und lehrt an der Universität der Bundeswehr in München. Israel schicke weitere Verbände in die Libanon. Das sei nicht ungefährlich. Zitat Kann dort Kampfjets und Drohnen mit geringem Risiko einsetzen. Sie attackieren die Raketenstellung der Isbollah, sobald sie ihre Verstrecke und Bunker verlassen. Die Isbollah scheint die Israelis im Gegenden locken zu wollen, in denen sie leichter gegen deren Übermacht bestehen kann. Dafür eignen sich besonders Dörfer und Städte. Dort können sich Kämpfer verstecken und aus dem Hinterhalt angreifen. Häuser und Straßenkämpfe sind auch für gut ausgebildete und ausgerüstete Soldaten stets verlustreich. Zudem soll die Isbollah auch Antipersonenminen und Sprengfallen einsetzen. Wie die Hamas im Gazastreifen geht auch die Isbollah im Libanon hinter der Bevölkerung in Deckung. Die israelischen Streitkräfte berichten über Waffenlager in Wohnhäusern, Bunkern in Wohnvierten. Zwar verfügt die Isbollah über schwerere Waffen und besser ausgebildete Kämpfe als die Hamas. Letzteres hatte vor allem auf ihr ausgedehntes Tunnelsystem unter dem Gazastreifen gesetzt. Während die Isbollah auch oberirdisch angreifen und mehr Raketen gegen Panzer einsetzen kann. Die Operation der israelischen Luftwaffe und der Geheimdienste in der vergangenen Woche haben die Miliz allerdings geschwächt. Bei der Explosion hunderter Pager und Funkgeräte wurden nicht nur zahlreiche Mitglieder der militären mittleren Führungsebene getötet und verwundet, sondern auch einen Teil der Kommunikation vollkommen lahmgelegt. Dazu haben die Israelis gezielt fast alle Anführer der Miliz liquidiert. Zitat Es handelt sich also nicht um eine kleine Operation, um die Isbollah im Norden wegzudrücken, sondern sieht noch ein bisschen mehr aus. Und ohne die politische Strategie, und wir haben das ja auch schon mal gesagt, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine schlechtere israelische Regierung als die von Benjamin Netanyahu und seinen rechtsextremen Kollegen, als es zum jetzigen Zeitpunkt halt die vorgegebene Regierung ist. Die haben keine Absicht, diesen Krieg dazu zu nutzen, um langfristig Frieden zu schaffen, sondern die werden einen kurzen, eine kurze Dauer, eine sehr kurze Dauer haben, so wie hier Experten auch immer wieder sagen. Da werden eigentlich nur noch Zivilisten getötet und ja, gut, Katastrophe. So, das waren die Nachrichten von heute und ich denke, es reicht auch, ne? Es reicht auch. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017